Ich hab grad Pause jetzt, war im Russenviertel, da haben wir ausgeholt für den Kühlschrank, die haben wir gefeiert. Der Jürgen hat eine Russin jetzt. Die ist... Das ist schon die zweite jetzt. Die erste war jetzt nicht so, dass du sagst, oh, was denn das. Aber die, was sie jetzt so, die ist komplett. Die ist ganz. 20 Jahre jünger aber. Da muss er durch. Sag immer, da gibt's Schlimmeres. Der würde einmal die Uhr stellen und das iPhone einrichten. Weißt du, die Grundbausteine, Grundbasis ist immer. Aber wenn die feiern, die Russen, die hören Musik, das kannst du gar nicht. Die hören unsere Musik von damals. Bruder Lui, 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 hören die bis im siebten Füß. Modern Talking, ne? Schwuler geht's gar nicht, ne? 80er Jahre hören die. Die haben auch die gleichen Dinge, weißt du, Schulterdingen wie wir damals. Fuku Oli, da, ne? Der Russe ist vom Ding her deutsch. Und auch Ami, ne? Die gucke her der Ringe. Verdammt. Da hab ich mir gesagt, Miller, du hörst doch der gleiche Rotz. Mit deinem Phil Collins, ne? Da hab ich gesagt, schon, aber ich merk's. Im Vergleich zum Unterschied merk ich's. Aber wir waren richtig 80er damals. Da war ich so halb, ne? Wir waren, äh, Aztatz. Kennst du? Aztatz. 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 Und oben zu mir hin und hab bei Miami Weiss geguckt. Da hab ich mir schlafen können. Weißt du noch, Miami Weiss. Donald Johnson, oder wie? Der war so blöd, ne? Den hätt ich bei uns in die Schulklasse reinsetzen können. Der wär nicht aufgefallen. Donald Johnson. Gegen den ist der Podolski-Mattelehrer, glaube ich. Und weißt du, vorher war noch der siebte Sinn. Verkehrsding. Obacht im Straßenverkehr. Vielleicht kommt ein Auto. Uppasse. Und nasses Laub war immer, weißt du noch? Nasses Laub. Nasses Laub. Auch Frauen fahren Auto. Du hast gesehen, im Innerspiegel schminke beim Eiparker rückwärts. Nasses Laub. Ohne siebte Sinn. Ich wüsste bis heute nicht, wann Herbst ist. Da bräuchte ich die Herbst-App. Da müsste ich nachgucken, ne? Boah, schöne Zeit, ne? 80er Jahre, das war schlaraffen Ding, ne? Und Anfang 80er, ne? Ende 89, so weit weg. Oder? Die deutsche Teilung dann. Dresden. Und wenn mich jemand gefragt hätt, hätte ich gesagt, was ist das? Hätt weiss ich. Irgendwo in Polen. Aber wo genau. Aber mir hab ich schon Vollgas gegeben. Weißt du, Azt, Azt. Da haben wir auch probiert, kennst du. Weißt du, Dr. Vilgut. Ich hab immer gesagt, hast du mal einen Greenpeace zum Neubrösen. Einen Greenpeace. So grün, das Zeug, ne? Aber da musst du aufpassen. Da bist du mit dem halben Fuß schon in Landsberg beim Uli. Da trinkst du lieber einen Kasten Bier mehr. Da hast du das Gleiche, ne? Da haben wir gefeiert. Wir haben auch den Tag hing gehört, wenn ich da war. Wenn wir es weg gehört, dass es fertig ist. War Zeit, ne? Wer sich an die 80er noch erinnern kann, hat sie nicht erlebt. Ganz klar. Aber, mei, wir weiss, da haben wir die VHS-Kassette in der Schule ausgetauscht. Unter der Bank. Aber wir waren auch extrem. Unser Mathelehrer hat immer gesagt, ihr seid extrem. Ihr seid außerordentlich blöd. Hat der immer gesagt, der Hans Bellmann, unser Mathelehrer. Hans Bellmann genannt, Heldspelz. Er hat gesagt, das geht gar nicht so blöd. Wie macht ihr das? Ich bin seit 20 Jahren Mathelehrer, aber sowas war noch nicht da. Als er ans Fenster gestanden hat, hat er gesagt, ihr seid blöder wie ich. Und dann ist dem nie was eingefallen. Der hat gesagt, das geht gar nicht. Wie blöd kann man sein? Dann hab ich mir gesagt, Herr Bellmann, wir wissen es doch auch nicht. Aber wenn wir einen Hinweis hätten, wir faxen wir ihn durch. Wir wollen es auch wissen. Zeugnisausgabe, immer das Gleiche. Zum Jürgen immer, Jürgen, die schulischen Leistungen sind überschaubar. Auch in diesem Jahr. Und zu mir immer, Miller, Intelligenz ist nicht dein Fachbereich. Dann hab ich gesagt, Herr Bellmann, er hat mir das fast gedenkt. Nein? Ich bin sehr geredet, ich bin sehr geredet. Ich bin sehr geredet. Ich bin sehr geredet, Herr Bellmann. Vielen Dank.